Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag! Jeden Sonntag gibt's Krawall in Tonis Bier und Wein lokal. Jeden Sonntag kann man sehen, wie gut die Leute sich verstehen. Erst kommt ein Pfiff und dann geht das Licht aus, manchmal geht's auch nichts aus. Umso besser kann man sehen, wie mit den Krügeln sich die Burschen prügeln. Nur wer schon dabei war, kann den Spaß verstehen. Jeden Sonntag gibt's Krawall in Tonis Bier und Wein lokal. Jeden Sonntag kann man sehen, wie gut die Leute sich verstehen. Und jetzt kommt die große Frage, wer ist schuld dran? Wer ist schuld dran? Na wer denn? Die Mädchen, die lieben Mädchen, die mit den Wimpern klimpern und mit ihren Augen rollt. Die Mädchen, die lieben Mädchen, die immer schuld dran sind und niemals schuld sein wollen. Jeden Sonntag gibt's Krawall in Tonis Bier und Wein lokal. Jeden Sonntag kann man sehen, wie gut die Leute sich verstehen. Erst kommt ein Pfiff und dann geht das Licht aus, manchmal geht's auch nichts aus. Umso besser kann man sehen, wie mit den Krügeln sich die Burschen prügeln. Nur wer schon dabei war, kann den Spaß verstehen. Jeden Sonntag gibt's Krawall in Tonis Bier und Wein lokal. Jeden Sonntag kann man sehen, wie gut die Leute sich verstehen. Wie gut die Leute sich verstehen. Also sowas, wie gut die Leute sich verstehen. Jede Sonntag wird sicher. Untertitelung des ZDF, 2020